Einen wunderschönen Linux-Tag wünsche ich euch. Ich zeige euch heute, wie ihr euch einen Adblocker in eurem Heimnetzwerk einrichten könnt. Ein Adblocker hat so ziemlich jeder an seinem Rechner im Browser drin. Meistens ist das hier so ein Add-on, nennt sich dann wie in dem Fall hier Adblock Plus. Ich habe hier noch den Privacy Badger noch zusätzlich drin und da gibt es ja noch unzählige mehr. Ja, allerdings, sobald ich zum Beispiel mit meinem Smartphone, zum Beispiel bei einem iPhone oder auch einem Android-Phone in meinem Heimnetzwerk unterwegs bin, dann funktioniert das wiederum nicht, der Adblocker. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Spiele öffne oder andere Programme, die Werbung enthalten, dann wird diese natürlich nicht geblockt. Und wie wäre es denn, wenn wir die Werbung einfach überall blocken können? Das kannst du dir bei dir zu Hause im Heimnetzwerk ebenfalls einrichten. Ja, ich zeige das Ganze mal anhand diesem Beispiel. So sieht im Prinzip das ganz normale, reguläre, durchschnittliche Heimnetzwerk aus. Wir haben also einen Router hier in der Mitte. Dieser kommuniziert eben mit dem Internet. Auch die DNS-Anfragen, was das ist, sage ich gleich, gehen ins Internet und das Internet antwortet. Und der Router verteilt das Ganze dann an die Geräte, die eben mit dem Router zum Beispiel per WLAN oder per Kabel verbunden sind. Dazu zählt zum Beispiel hier ein ganz normaler Computer. Da habe ich jetzt mal eine IP-Adresse schon vergeben. Dann ein Laptop kann das sein oder eben auch ein Tablet oder eben wie hier ein Smartphone. Aber auch Konsolen wie zum Beispiel Xbox oder Playstation zählen mit dazu. Denn die sind in der Regel ebenfalls mit dem Heimnetzwerk verbunden. So, dann schauen wir uns mal an, was ich heute vorhabe. Was ich möchte, ist, dass der Computer oder Laptop oder wie auch immer die Anwendung, die DNS-Anfrage nicht direkt ins Internet schickt, sondern vorab an den Adblocker, an den Werbeblocker. Und dieser leitet dann alle Anfragen ins Internet durch, die eben erlaubt sind. Und sämtliche Werbe-URLs, die gehen schon hier verloren. Das heißt, diese werden gar nicht mehr im Internet angefragt. Ergo wurde die Werbung geblockt. Und dazu nutzen wir einen Raspberry Pi, wo wir einen Adblocker-Server drauf installieren. Ein Raspberry Pi sieht im Prinzip so aus. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Ein-Platinen-Computer. Grundsätzlich kannst du statt eines Raspberry Pis auch einen ganz normalen Laptop oder einen anderen Rechner nehmen. Allerdings müsste der die ganze Zeit an sein und mit dem Router verbunden sein. Und das frisst natürlich auf Dauer eine Menge Strom. Und deswegen empfehle ich hier einfach, so einen kleinen Ein-Platinen-Computer zu besorgen wie ein Raspberry Pi. Die sind unfassbar sparsam, sehr, sehr stromsparend und ressourcenschonend. Und den gibt es dann auch mit solchen schönen Gehäuse. Dieses Gerät habe ich hier zum Beispiel bei mir. Ja, da ist dann hier dieses Gehäuse. Und der steht direkt neben dem Router. Ist quasi hier zum Beispiel mit diesem Ethernet-Anschluss direkt mit meinem Router verbunden. Einen Bildschirm braucht man da nicht anschließen, denn alles, was wir gleich machen, machen wir quasi über das Ethernet-Kabel, also quasi mittels einer sogenannten SSH-Verbindung. Das zeige ich jetzt aber genau. So, mit dem Raspberry Pi wird oftmals in den Paketen mitgeliefert eine SD-Karte. Sollte das nicht der Fall sein, dann müsstest du dir eine Micro-SD-Karte noch besorgen, die du dann entsprechend hier reinsteckst. Und zwar hier auf der Unterseite. Auf der Seite hier, das sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht. Da kommt dann eine kleine Micro-SD rein. Und ich würde sagen, ich stecke jetzt die SD-Karte hier mal in meinen Rechner ein. So, ich habe jetzt eine SD-Karte hier drin unter SDB bzw. SDB1. Da ist also eine FAT-Partition schon drauf. An sich ist die SD-Karte aber leer. Da ist an sich nichts weiter drauf gespielt und die ist schon hier eingemountet in diesen Mount-Punkt. Das ist aber überhaupt nicht so wichtig. Wichtig ist, ich habe mir eine SD-Karte. 4 GB sollten für diese Aktion ausreichen. Solltest du auf dem Raspberry Pi nachher mehrere Sachen installieren wollen, anstatt nur einen Ad-Blocker, ist es ratsam, eine etwas größere SD-Karte dann zu holen. Zum Beispiel 16 oder 32 GB. Ich bleibe jetzt hier bei meinen 4 GB. Das reicht aus. So, wie kriegen wir jetzt also das Betriebssystem für den Raspberry Pi auf diese SD-Karte drauf? Dazu gehen wir einfach auf raspberrypi.com. Und dann gibt es den Punkt Software. Und dann haben wir hier den Raspberry Pi OS Imager. Und den lädst du dir jetzt einfach runter. Und zwar je nachdem, was du für ein Betriebssystem hast. Zum Beispiel, wenn du Windows nutzt, kannst du hier die ganze einfach die Echse herunterladen. Und dann kannst du einfach die Echse öffnen. Für macOS gibt es dann das Ganze als DMG-Datei. Wenn du Ubuntu nutzt oder ein Ubuntu-ähnliches System wie zum Beispiel Linux Mint und Ähnliches, dann kannst du es direkt aus den Repositories installieren mit sudo apt install und dann rpi-imager. Einfach das kopieren und in das Terminal rein. Und solltest du zum Beispiel Arch nutzen, so wie ich jetzt hier, dann ist das Ganze auch im Arch-User-Repository verfügbar. Das kann ich hier mal ganz schnell schauen. Ja, rpi und dann Imager. Hier sehen wir es schon. So, hier haben wir es im Prinzip schon, dass rpi-imager einfach eins von beiden dann installieren mit einem, ja, AOR-Helper und Ähnliches. Und dann funktioniert das auch. So sieht das kleine Programm aus. Und das ist ziemlich einfach zu bedienen. Als allererstes wählen wir das Betriebssystem aus. Und hier gibt es eine ganze Reihe an Auswahl, die man hier verfügbar hat. Ich würde empfehlen, wenn du keinen Bildschirm an den Raspberry Pi anschließt, dass du auch dieses erste hier nicht nimmst, sondern wir gehen jetzt hier einfach auf Raspberry Pi OS Other. Und dann gehe ich hier ein Stückchen runter und sage Raspberry Pi OS Lite 64 Bit. Also Raspberry Pi OS Lite 64 Bit ist die schlankeste Version, weil da auch keine grafische Oberfläche mit drauf installiert wird. Das braucht es dann nämlich für diesen Zweck nicht. So, dann hier bei SD-Karte wählen. Hat er auch schon die SD-Karte gefunden als einzige. Das ist ziemlich gut. Gegebenenfalls werden mehrere Sachen angezeigt werden. Genau schauen, dass du auch wirklich deine SD-Karte nimmst und nicht versehentlich eine andere SD-Karte oder sogar einen USB-Stick, den du dann jetzt hier versehentlich löscht. Bevor wir auf Schreiben klicken, gehen wir jetzt hier unten noch einmal auf dieses Zahnrad-Symbol. Denn das ist jetzt ziemlich wichtig. Wir brauchen erstmal einen Host-Namen. Da nennen wir den Host-Namen Raspberry Pi. Das ist in Ordnung, damit Raspberry Pi so im Netzwerk auch erkannt wird. Und dann unbedingt SSH aktivieren, denn SSH brauchen wir jetzt gleich. Und dazu nehmen wir ein Passwort zur Authentifizierung. Wir könnten auch einen Public Key erstellen, aber wir machen es einfach und machen das Ganze über ein Passwort. Und dann müssen wir hier noch einen Benutzernamen und ein Passwort setzen. Ich nehme denselben Benutzername wie hier auf meinem System. Das ist der Benutzername Typ. Und vergebe ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. So, dann gehe ich hier auf Speichern. Und dann sind wir im Prinzip schon fertig und können jetzt auf Schreiben klicken. So, er warnt mich dann noch einmal. Ich sage Ja. Und jetzt heißt es einfach abwarten. Gegebenenfalls musst du hier auch noch mal ein Passwort eingeben. Und jetzt heißt es einfach abwarten, bis der Schreibvorgang erledigt ist. So, die Installation des Raspberry Pi OS auf die SD-Karte ist nun beendet. Und wir können die SD-Karte im Prinzip entfernen. Das werde ich jetzt auch einmal machen. Und ich stecke jetzt die SD-Karte direkt in das Raspberry Pi Gerät rein. Und schließe jetzt das Raspberry Pi direkt an den Router an. So, wie wir das jetzt hier in diesem Bild gemacht haben. Ich werde jetzt diesen Raspberry Pi jetzt einfach an den Router anschließen. So, der Raspberry Pi ist jetzt angeschlossen. Und wir können das hier einmal schließen. Und dann kann ich mal das Terminal aufmachen. Und dann können wir mal schauen, ob wir uns schon verbinden können mit SSH. Na, allerdings weiß ich ja noch gar nicht, wie die IP-Adresse lautet von meinem Raspberry Pi. So, und dann können wir uns im Prinzip mit dem Raspberry Pi verbinden. Allerdings weiß ich ja die IP-Adresse noch nicht. Und deswegen gehe ich jetzt einfach direkt mal in meinen Router rein. So, hier ist meine Fritzbox und dann einmal in den Router rein. So, und hier unten finden wir dann auch schon die Geräte und unter anderem das Raspberry Pi. Und wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, sehe ich ganz unten links die IP-Adresse. Es ist im Prinzip die IP-Adresse mit der 21 hinten. Und das deckt sich zufällig wunderbar mit der IP-Adresse, die hier angegeben ist. Also die 21. So, dann verbinden wir uns mal mit SSH und dann 192.168.178.21. So, möchten Sie sich verbinden? Ich sage einmal Yes. Und jetzt das Passwort, was ich mir vergeben habe. Und schon sind wir auf dem Raspberry Pi aufgeschalten. So, und das Erste, was wir machen, ist, wir richten das Raspberry Pi erstmal ein, dass zum Beispiel Locales und Zeitzone stimmen. Dazu gebe ich diesen Befehl hier ein, raspy-config. Und das muss ich als Root ausführen. Das kann ich ganz einfach mit sudo. Und schon sind wir im Konfigurationstool. Und ich brauche im Prinzip gar nicht allzu viel zu ändern hier. Wir gehen jetzt einfach auf die Lokalisation. Das ist ziemlich wichtig, denn hier kommen jetzt die Regionaleinstellungen. So, da werde ich jetzt hier einfach mal DE suchen. So, hier haben wir DE. Und da wählst du dann im Prinzip aus, welche Lokalisation du brauchst. Und zwar nehme ich hier DE-UTF8. Sehr schön, Tab und OK. So, dann, ja, machen wir einfach Tab und OK. Und dann warten wir jetzt kurz, bis er die Locales geschrieben hat. Sehr gut. So, dann gehen wir nochmal in die Locales rein. Und gehen zum nächsten Punkt, nämlich die Zeitzone. Also Timezone. Und hier wähle ich Europa. Und dann Berlin aus. Da ist Berlin. Und damit sind wir im Prinzip schon fertig. Und damit können wir hier auf Finish. Gut. Und der hat jetzt nur versucht, Raspi-Config zu updaten. Wir können jetzt aber gleich nochmal ein vollständiges Update durchführen. Und das machen wir ähnlich wie bei Ubuntu, wie man das so kennt. Mit sudo apt-update. Und dann gleich hinten ran, zwei Unzeichen. Und dann sudo apt-full-upgrade. Und Bindestrich Y, dass er mich nicht nochmal fragt. So, das Update ist jetzt durch. Und unser Raspberry Pi ist auf dem aktuellsten Stand. Jetzt wird es Zeit für den Adblocker. So, als Adblocker selber nutzen wir Adguard. Und Adguard ist ein ziemlich mächtiges Tool, wo ich eben die Möglichkeit habe, komplett Werbung zu sperren, eine Kindersicherung einzurichten. Ich kann bestimmte Seiten sperren, Tracking kann ich verhindern und vieles, vieles mehr. Das Ganze installieren wir auf dem Raspberry Pi mittels Docker, quasi als Container. Und damit wir das überhaupt installieren können, brauchen wir erstmal Docker. Und dazu machen wir sudo apt-install-docker.io. So, einmal ja, bestätigen. So, Docker ist installiert. Und ein kleines Programm brauchen wir noch, und zwar Docker Compose. Wir werden das Ganze über Docker Compose installieren. Das finde ich immer ein kleines bisschen einfacher, als im Prinzip alles in die Kommandozeile reinzuschreiben. Und ja, das machen wir genauso mit sudo apt-install-docker-compose. So, jetzt wo wir das Ganze installiert haben, empfehle ich den Raspberry Pi einfach nochmal neu zu starten. Und das Ganze machen wir mit sudo reboot. So, dann ist die Verbindung geschlossen. Wir können im Prinzip nochmal versuchen, uns einfach einzuloggen. So, jetzt sind wir wieder drin. Und mit sudo docker ps sehen wir, okay, das hat funktioniert. So, und damit wir aber nicht immer sudo eingeben müssen, gibt es eine Gruppe namens Docker. Und wir können diese Gruppe einfach dem Benutzernamen entsprechend hinzufügen. Das machen wir ganz einfach mit sudo und dann usermod minus addgroup, also a, g. dann die Gruppe heißt docker und ich möchte sie mir, also dem Nutzertyp hinzufügen. Denn wenn ich jetzt hier mal schaue, haben wir hier die Gruppe docker drin. Und jetzt kann ich im Prinzip docker ps so eingeben, ohne dass ich jedes Mal sudo nutzen muss dafür. Gut, so, jetzt geht es ins Eingemachte. Docker funktioniert quasi tadellos, kommt keine Fehlermeldung. Und jetzt erstellen wir erst mal einen Ordner, denn wir befinden uns jetzt hier im Home-Ordner und da ist nichts drin, außer ein, ja, Bash, ein paar .files, ein paar Konfigurationsdateien. So, das machen wir mit mkdir und dann nennen wir das Ganze einfach addguard. Das wird jetzt unser Verzeichnis und dann wechseln wir direkt in dieses Verzeichnis rein und erstellen jetzt hier drin auch nochmal zwei Ordner, nämlich einen Arbeitsordner und einen Konfigurationsordner. Denn den braucht nachher addguard, um zu arbeiten. Und das machen wir mit mkdir und da wir zwei Ordner erstellen, können wir das Ganze im Prinzip in geschweifte Klammer machen. Ich brauche einmal den Ordner work. Der kann im Prinzip heißen, wie er möchte. Also das kannst du dir jetzt aussuchen. Das ist jetzt nicht festgelegt, dass der so heißen muss. Wichtig ist nur, dass wir nachher wissen, welcher Ordner ist der Arbeitsordner und welcher ist zum Beispiel der Konfig-Ordner. Und ich nenne die einfach work und Konfig. So, und mit ls sehe ich, habe ich hier jetzt die beiden Ordner Konfig und work. Und hier in den addguard-Ordner lege ich jetzt eine Datei an, die nenne ich docker-compose.yaml. Das ist tatsächlich festgelegt, die muss dann jetzt auch so heißen. Und die bearbeiten wir dann auch mit nano. docker-compose.yml. So, jetzt sind wir hier bei nano drin. Das ist quasi so ein Text-Editor. Und hier schreiben wir jetzt im Prinzip eine Anweisung rein, wie docker-addguard aufbauen soll, wie der Container nachher aussehen soll. Zu allererst müssen wir eine docker-compose-file-version festlegen. Die file-version oder die compose-file-version ist aktuell zum Zeitpunkt des Videos die Version 3.8. Das machen wir ganz einfach mit Version, Doppelpunkt und dann 3.8. So, als nächstes definieren wir ein paar Services. Services sind immer Dienste, die von alleine starten. Services. Und der erste Service, den wir jetzt hier starten, oder der einzige Service, den wir im Prinzip starten, ist addguard-home. So, addguard-home. Und dieser Service besteht aus einem Image. Dieses Image müssen wir uns erstmal noch herunterladen. Und zwar finden wir dieses Image im Docker-Hub. Hub.docker.com. Hier im Docker-Hub kann ich jetzt nach addguard suchen. Und da finde ich hier schon addguard-addguard-home. Das ist im Prinzip der Container, dieser Docker-Container, den ich haben möchte. Und deswegen kopiere ich jetzt hier diesen Namen. Gehe zurück in meine, ja, docker-compose-Datei und kopiere das oder füge das Ganze hier einfach ein. Und Docker selber weiß, dass er sich das addguard-Programm dann aus dem Docker-Hub ziehen soll. So, jetzt machen wir weiter. Das nächste ist der Container-Name. Wir müssen noch einen Namen vergeben. Und wir nennen das Ganze einfach addguard-home. So, jetzt wird es spannend. Denn addguard braucht gewisse Ports, auf die das Programm laufen kann. Und deswegen legen wir jetzt hier ein paar Ports fest. Und damit ich das Ganze aber jetzt hier nicht einzeln irgendwie schreibe oder schreiben muss, werde ich das Ganze jetzt hier einfach mal reinkopieren. Ich habe mir die ganzen Sachen hier nämlich schon etwas aufgeschrieben. Das sind im Prinzip die Ports, die jetzt quasi benötigt werden. Und ich empfehle soweit wie möglich, diese Ports auch nicht zu ändern. Zumindest nicht die Ports, die hinter dem Doppelpunkt stehen. Die müssen auf jeden Fall stehen bleiben. Ja, zum Beispiel der Port 3000. Das wird nachher der Port sein, worüber wir addguard dann installieren. Das heißt, wir rufen dann die IP-Adresse auf und dann Doppelpunkt 3000. Sollte der Port 3000 bei dir auf deinem Raspberry Pi schon vergeben sein, weil du zum Beispiel schon einen anderen Container mit diesem Port drauf laufen hast, dann kannst du diesen Port auch hier ändern. Dann kannst du zum Beispiel hier die 4000 machen oder ähnliches. Wichtig ist, es darf dann nur der vordere Port geändert werden. Das ist dann der Port, den ich nutze, um im Container auf Port 3000 zuzugreifen. Ja, das muss man wissen, dass man hier nicht durcheinander kommt. Das gleiche mit Port 80. Ja, Port 80, da läuft dann ganz normal der addguard nachher drauf. Also auch die, ja, Log-Übersicht. Und wenn Port 80 aber bei mir schon vergeben ist, kann ich hier zum Beispiel Port 88 draus machen oder ähnliches. Oder einfach nur Port 8080, ja, wie es auch häufig ist. Ja, wichtig ist, es darf nur der vordere Port geändert werden. Gut, wenn wir die Ports festgelegt haben, brauchen wir noch Volumes. Volumes sind im Prinzip feste Arbeitsverzeichnisse, denn dieser Container ist quasi nur flüchtig. Mit jedem Update wird, wenn man das Container halt updatet, so auf eine neuere Version, wird der Container einfach über Docker Compose neu erstellt. Und das würde bedeuten, dass alles, was innerhalb dieses Containers gespeichert ist, gelöscht wird. Deswegen müssen wir Sachen, die gespeichert sind, wie zum Beispiel die Konfiguration, außerhalb des Containers speichern, in sogenannten Volumen. Und diese Volumen, da haben wir ja schon zwei Ordner festgelegt. Eines dieser Ordner ist zum Beispiel hier an diesem Ort, wo die Docker Compose Datei liegt, suche nach dem Ordner Work. Das ist der Ordner, den wir haben und der Container selber intern reguliert das Ganze über eine quasi interne Verlinkung namens opt slash add guard home und slash work. So heißt der Ordner innerhalb des Containers und da wird im Prinzip unser Work Ordner einfach reingemountet nachher. Das bedeutet dann, sobald ich den Container neu installiere oder wenn ich den Container lösche und ihn dann wieder neu installiere, bleibt alles das, was in den Work Ordner oder nachher auch in dem Config Ordner drin ist, bleibt erhalten, weil dann opt add guard home und work dann einfach in unser erstelltes Verzeichnis reingemountet wird. Denn unsere Verzeichnisse, die werden ja nicht gelöscht. So, das Gleiche machen wir jetzt noch mit slash config. Da haben wir ja unseren Config Ordner und auch hier ist es opt slash add guard home slash und dann config. So, und deswegen hatte ich vorhin gesagt, eigentlich ist es egal, wie der Ordner heißt, den wir anlegen. Wichtig ist nur, dass du eben weißt, welcher der beiden Ordner ist der Arbeitsordner und welches ist der Konfigurationsordner. Du kannst ihn im Prinzip auch Arbeit nennen und Konfiguration mit K oder ähnliches. Wichtig ist nur, dass es dann hier richtig angegeben ist. Gut, dann haben wir unsere Volumen angelegt und jetzt fehlt noch eine Kleinigkeit, die ziemlich wichtig ist, weil sie oft, man denkt oft gar nicht gleich dran, und zwar sogenannte Neustartoptionen. Was passiert, wenn der Container mal abstürzt oder Raspberry Pi mal neu startet, weil ein Stromausfall war oder ähnliches? Was soll dann mit dem Container passieren? Und das machen wir einfach mit einer sogenannten Restartoption. Da gibt es dann im Prinzip mehrere Auswahl, die man dann treffen kann. Einmal None, also würde im Prinzip bedeuten, dass der Container, wenn der einmal abgeschalten ist, dann bleibt der aus, solange bis ich ihn händisch starte. Dann gibt es Unless Stopped. Unless Stopped bedeutet im Prinzip, der läuft so lange und er startet immer wieder so lange neu, bis ich ihn selber händisch stoppe. Und dann gibt es noch eine sogenannte Always-Funktion. Always. Und Always bedeutet, sobald ich ihn stoppe, startet er sofort wieder neu. Ist ein Stromausfall, startet er automatisch wieder neu. Okay, wird er gelöscht, dann ist er natürlich weg. Dann muss er neu installiert werden. Aber sobald irgendwas abstürzt, startet er wieder neu. Und deswegen lasse ich jetzt hier die Always-Funktion. Und das war es im Prinzip schon. Das ist unsere Docker Compose-Datei. Das ist die Anweisung, wie unser AdGuard-Container installiert werden soll. So, deswegen machen wir jetzt hier mit STRG-O einmal abspeichern. Und mit STRG-X verlassen wir nano. Und jetzt gibt es im Prinzip gar nicht mehr allzu viel zu tun. Jetzt müssen wir Docker im Prinzip anweisen, diese Docker Compose-Datei dazu zu nutzen, um den Container zu installieren. Und das machen wir ganz einfach mit sudo. Dann docker-compose. Dann up, weil wir einen Container installieren wollen. Und wir nehmen eine Docker Compose-Datei, die sich hier in diesem Ordner befindet. Sollte die sich woanders befinden, müsste ich jetzt hier dahinter noch einen Dateifad eingeben. Da sich die Datei jetzt aber hier in diesem AdGuard-Ordner befindet, wo wir gerade drin sind, reicht einfach nur minus D. Und dann kann ich Enter drücken. So, hier kommt jetzt ein Fehler, dass Docker Compose mit der Versionsnummer nicht ganz klarkommt. Gut, das ist überhaupt kein Problem. Die aktuelle Version ist allerdings tatsächlich 3.8. Und wenn Docker Compose hier auf dem Raspberry Pi aber noch nicht damit klarkommt, machen wir einfach die allgemeine Versionsnummer, Version 3. Das sollte ebenfalls funktionieren. Also machen wir Version 3, speichern und wieder raus. Und dann probieren wir das Ganze nochmal mit sudo.docker-compose.up und d. So, das funktioniert wunderbar. Jetzt werden die ganzen Container heruntergeladen. Sehr schön. Creating AdGuard Home Done. Das liest man doch gerne. Und mit Docker PS kann ich jetzt schauen, dass Docker hier einen Container erstellt hat. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach auf unsere Oberfläche. Auf unsere AdGuard Oberfläche. So, ich gebe jetzt hier einfach mal nur die 192.168.78.21 ein. Und da sagt er jetzt Verbindung fehlgeschlagen, weil wir haben den AdGuard noch nicht eingerichtet. Also mache ich Doppelpunkt 3000. Und hier meckert er jetzt ein bisschen rum, dass hier die gesicherte Verbindung fehlgeschlagen ist, weil ihm das Zertifikat fehlt. Also mache ich hier oben einfach das HTTPS, das S weg. Und drücke dann Enter und schon bin ich bei AdGuard Home. Also HTTP quasi, Doppelpunkt, Slash, Slash und dann Doppelpunkt 3000 hier hinter der IP-Adresse. So, wie wir sehen, ist das Ganze hier schon auf Deutsch. Das hat er erkannt. Da mich das Ganze hier ein bisschen blendet, werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen dunkler machen. Hier gibt es nämlich das dunkle Farbschema. So, dann gehen wir auf anfangen. So, jetzt kommen wir hier zu den Netzwerkschnittstellen. Und ich sage alle Schnittstellen. So, bei DNS-Server kann ich ebenfalls ein paar Schnittstellen hier festlegen. Auch hier sage ich alle Schnittstellen. Und eine feste IP brauche ich jetzt nicht festlegen. Er weist mich nur darauf hin, dass ich eine feste IP brauche. Allerdings bleibt mein Raspberry Pi am Router permanent angeschlossen. Ich muss dann lediglich dafür sorgen, dass meine Fritzbox diesem Raspberry Pi immer die 21 zuweist. Und das tut er auch. So, jetzt brauche ich noch einen Benutzernamen. Und dann nehmen wir den Benutzernamen-Typ. Oh, da haben wir schon so einen Typ im Internet. Finde ich gut. Nehmen wir Benutzernamen so einen Typ im Internet. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den AdGuard. Und hier musst du wirklich ein sicheres eingeben, denn hier werden acht Zeichen verlangt. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach ein etwas längeres festlegen. Das ist auch in Ordnung. Und dann machen wir weiter. Das brauchen wir jetzt nicht abspeichern. So, und hier haben wir im Prinzip jetzt die Einrichtung im Router. Und die machen wir aber gleich. Jetzt machen wir erst mal weiter. Und Gratulation, AdGuard ist eingerichtet. Einmal die Übersicht öffnen. So, dann können wir uns jetzt einloggen mit so einem Typ im Internet. Und dann machen wir hier einfach noch das Passwort. Und speichern brauchen wir das Ganze jetzt nicht. Und so sieht die Oberfläche aus. Und hier oben siehst du, ich bin jetzt direkt auf der Raspberry Pi IP. Das ist jetzt Port 80 im Prinzip. Und natürlich wird jetzt hier nichts irgendwie, ja, gefiltert und gespeichert, weil momentan ist hier noch nichts angebunden. Hier gehen noch keine DNS-Anfragen durch. Wenn ich jetzt hier also Google eingebe oder ähnliches, dann öffnet sich jetzt hier Google. Aber AdGuard zeigt hier immer noch überall Null an. So, und das bedeutet, wir müssen das Ganze erst mal einrichten in der Fritzbox. So, dazu gehe ich jetzt hier noch mal in meine Fritzbox rein und melde mich einfach mal an. Und gehe hier links im Menü auf Zugangsart und dann gibt es hier DNS-Server. Je nachdem, welchen Router du hast, kann der Ort auch woanders sein, wo man die DNS-Einstellung machen kann. Schau dazu einfach mal im Handbuch deines Routers nach. So, also hier in der Fritzbox machen wir DNS-Server. Und dann, ja, machen wir einfach DNS. Hier verwenden. So, hier habe ich jetzt schon mal ein paar DNS-Server drin. Das ist einmal Cloudflare und Google. Und hier gebe ich bei bevorzugten DNS-V4-Server, gebe ich jetzt im Prinzip die IP-Adresse vom AdGuard ein. Hier zeigt er zwar an, dass wir hier diese hier eingeben sollen. Das machen wir aber nicht, sondern wir geben im Prinzip ein 192.168.178.21. Das gleiche hier unten nochmal. Ich möchte wirklich auch, wirklich alles an DNS-Anfragen durch meinen Raspberry Pi, also durch meinen AdGuard durchleiten. Und wenn ich IPv6 aktiv habe, kann ich hier sogar eine IPv6-Adresse eingeben. Die findest du im Raspberry Pi selber. Wenn du einfach IPa eingibst, werden hier sämtliche IP-Adressen angezeigt. Hier sehen wir zum Beispiel unsere IP-Adresse vom Raspberry Pi und da drunter im Prinzip die dazugehörige IPv6-Adresse. Und die nehmen wir auch. Einmal kopieren und dann hier einmal einfügen. So, das wäre dann die IPv6-Adresse. So, das Ganze dann speichern. So, ich muss jetzt ganz schnell an meinen Router gehen und da einfach einen Knopf drücken. So, dann einmal OK. Und jetzt sind die DNS-Einträge hier auch gespeichert. Alles, was jetzt Internet-Anfragen sind, wird jetzt direkt durch den AdGuard geroutet. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Dazu gehen wir jetzt nochmal in die Übersicht. Und jetzt öffnen wir ganz einfach mal YouTube. So, YouTube ist jetzt geöffnet. Dann kann ich jetzt hier einmal Statistiken aktualisieren. Und hier sehe ich jetzt schon 17 DNS-Anfragen, obwohl ich nur YouTube einmal geöffnet habe. Und hier sehen wir dann auch schon, was an DNS-Anfragen hier alles durchgelaufen ist. Das ist nicht zwangsläufig alles Werbung. So, dann können wir mal weitermachen. Was können wir noch öffnen? Wir können zum Beispiel Facebook öffnen. Sehr gut, Facebook ist geöffnet. Und hier bei den Statistiken sehe ich hier 66 DNS-Anfragen haben wir jetzt. Und dann probieren wir mal noch heise.de. Sehr schön. Dann jetzt hat heise.de enthält ja auch viele Werbebanner. Einige sind zwar hier direkt durch mein AdBlock Plus schon geblockt. Allerdings gehen ja dann trotzdem die Anfragen mit durch. Und dazu sind jetzt zum Beispiel hier Upscore zum Beispiel oder Cameloon hier zum Beispiel. Diese sind jetzt quasi geblockt worden. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal hier den AdGuard nochmal genauer an. Es gibt einerseits gibt es hier allgemeine Einstellungen. Man kann sich jetzt hier quasi durchschauen, wie man das Ganze noch weiter nutzen möchte. Man kann hier eine Kindersicherung verwenden, wenn man das dann möchte. Hier empfehle ich dann auch die Dokumentation von AdGuard einfach mal auch durchzulesen, weil ich möchte jetzt hier nicht alles hier durchgehen. Das würde den Rahmen auch einfach sprengen. So, dann gibt es bei den Einstellungen auch die DNS-Einstellungen. Und zum Beispiel, auch wenn mein Raspberry Pi jetzt quasi als DNS-Server fungiert, bedeutet das ja nur, dass mein Raspberry Pi einfach die Anfragen nimmt und vergleicht, ob die gesperrt werden sollen. Der AdGuard. Ansonsten sollen ja die Anfragen, die nicht gesperrt sind, trotzdem ganz normal raus ins Internet. Und dazu braucht es ja einen richtigen DNS-Server. Und das ist in dem Falle quad9.net. Hier kann man übrigens einfach alle möglichen DNS-Anbieter eintragen, die man möchte. Wie zum Beispiel 1.1.1 oder auch 8.8.8 und so weiter und so fort. Hier gibt es auch eine Liste von verschiedenen Anbietern. So, dann gibt es hier noch ein paar Verschlüsselungseinstellungen. Wie gesagt, das geht alles viel zu weit, wenn wir das Ganze jetzt hier durchgehen würden. Ich habe mich mit einigen Sachen auch gar nicht so richtig beschäftigt, obwohl ich den AdGuard selber schon ja viele Jahre tatsächlich nutze. Der steht bei mir tatsächlich hier unterm Tisch. Der kleine Raspberry Pi und läuft so munter vor sich hin schon seit ein paar Jahren und blockt mir im Prinzip meine Werbung hier auf meinen Rechnern. So, was aber ziemlich interessant sind, sind die DNS-Sperrlisten. Und hier gibt es im Prinzip schon zwei Listen, die eingetragen sind. Einer davon ist allerdings nur aktiv und das ist im Prinzip so ein AdGuard-Standard-DNS-Filter. Und hier kann ich dann noch die AdGuard-Default-Blockliste ebenfalls noch aktivieren. Und hier ist die Adressleiste, da kann ich im Prinzip drauf schauen, was hier alles geblockt werden soll. So, allerdings sind das natürlich nicht die einzigen Blocklisten, die es eben so gibt, weil es gibt ja unzählige mehr und es muss ja auch regelmäßig aktiviert werden. Und dazu empfehle ich einen GitHub-Account, den der ein oder andere sicherlich schon kennt. Und zwar ist das der GitHub-Account RPiList. Das ist der Account von SemperVideo. SemperVideo sollte wirklich jeden ein Begriff sein. Und der gute Herr Sprecher macht hier regelmäßig Updates. Und da kann ich auch im Prinzip seinen Twitch-Account empfehlen auf Twitch. Dort macht er regelmäßig Livestreams, wo er an den Blocklisten auch arbeitet, zusammen mit dir, den Zuschauern, wo dann die Listen immer wieder neu befüllt werden mit den neuesten Sachen. So, hier gibt es im Prinzip dann eine Auflistung sämtlicher Listen, die man alle nach und nach einfügen kann in seinen AdGuard. Das hier ist mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken oder die Sparkassen ist ganz, ganz neu jetzt hinzugekommen. Damit blockt man im Prinzip ja diese Phishing-Seiten. Manchmal bekommt man ja dann eine E-Mail, wo dann vermeintlich die Sparkasse einem schreibt, ja, hier, wir müssen, wir haben einen Datenleck und müssen jetzt nochmal die Daten abgleichen. Bitte klicke hier und bestätige deine Daten. Und dann kommt man auf so eine gefakte Sparkassenseite. Und der unwissende Nutzer gibt dann höchstwahrscheinlich seine Daten ein, seine Zugangsdaten zu der Sparkasse. Und dann haben die Angreifer im Prinzip die Zugangsdaten zu den eigenen Konten. Und das ist sehr, sehr schlecht. Und deswegen gibt es jetzt hier eine Reihe von Blocklisten sämtlicher Banken in Deutschland, Österreich und mittlerweile auch der Schweiz, wenn ich das hier richtig sehe. Also ist wirklich unfassbar toll. Und hier geht es dann weiter mit den Host-Namen, mit den Tracking-Listen, die einen vor Tracking schützen. Denn die Piehole-Standard-Listen gibt es dann zum Thema Jugendschutz. Da gibt es dann den sogenannten, die Born-Blocker und Spiele-Seiten zum Sperren, ja, Fake-Shops und Abo-Fallen, Werbung, Malware und vieles, vieles mehr. Im Prinzip kann man alles hier nach und nach in den Ad-Guard einfügen. Das möchte ich jetzt einfach mal testweise machen. Wir nehmen mal als Beispiel hier diese Liste, die nennt sich ja Amazon, das ist die Amazon-Liste. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Dazu kopiere ich jetzt hier einfach diese Seite, diese, ja, diese RAW-Seite mit der Amazon.text hinten dran. Dann gehe ich auf Sperrliste hinzufügen, eine eigene Liste hinzufügen, sage Amazon und gebe hier im Prinzip diese Liste so ein, diese Web-Adresse zur Sperrliste und sage einmal Speichern. So, ich werde das Ganze aber nochmal den Haken rausmachen, denn wir wollen mal als Beispiel hier schauen. Hier gibt es ja im Prinzip diese Domain Amazon-Presse.de, die ist mir jetzt gerade so ins Auge gefallen. Die werden wir jetzt einfach mal ganz fix testen, ob die überhaupt funktioniert. Jawohl, die funktioniert, die Seite, sehr gut. So, dann können wir jetzt die Amazon-Listen aktivieren und das wird jetzt höchstwahrscheinlich einen kleinen Moment dauern. Jetzt ist allerdings diese Seite auch hier im Cache drin, deswegen werde ich einfach ein neues privates Fenster mal aufmachen. Und wir gucken mal, ob das Ganze jetzt schon greift. Nee, das greift im Prinzip noch nicht. So, hier sieht man Amazon-Presse immer noch, also noch lässt sie sich aufrufen. Das dauert manchmal einfach auch einen kleinen Moment. Hier dann gegebenenfalls einfach mal für fünf Minuten warten. So, dann probieren wir es einfach nochmal mit Amazon-Presse.de. Und jetzt ist es gesperrt. Sehen wir hier, ja, Server nicht gefunden, Seite nicht gefunden. Und wir können jetzt einfach mal ein neues Terminal mal aufmachen. Und dann können wir direkt hier mal rüber gehen und einfach mal nach dieser Adresse pingen. So, das können wir direkt nach pingen mit Ping. Wir probieren erstmal, wie es normal aussehen müsste. Da können wir zum Beispiel Google.de nehmen. So sieht das Ganze dann aus. Google.de. So, können wir stoppen. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe Ping und dann Amazon-Presse.de, dann steht hier, der Name oder der Dienst ist nicht bekannt. Also wird sofort geblockt. Ich habe keinen Zugriff drauf. Wir können jetzt hier die Statistiken nochmal aktualisieren. Und hier sehen wir jetzt auch, Amazon-Presse.de ist gesperrt. So, auf diese Weise kann ich hier unzählige Filterlisten hinzufügen. Es gibt ja auch bei den Sperrlisten noch eigene Listen, die AdGuard mit daherbringt. Und da kann ich mich jetzt hier auch nochmal, ja, durcharbeiten. Zum Beispiel die No-Tracking-Liste ist immer ziemlich gut. Es gibt auch die Peter-Lowes-Block-Liste und Stephen Black. Die hat übrigens auch Semper-Video hier in seinen Listen überall mit drin. Da sind die quasi mit drin. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Ich kann hier zum Beispiel alle Google-Dienste generell sperren. Ich kann, ja, Game-Konsole-Ad-Block-Liste machen. Also es gibt auch für Game-Konsolen, zum Beispiel wenn du eine Xbox oder eine Playstation hast, wo Werbung mit draufläuft, kannst du, sind hier die ganzen Domains drin. Und dann können diese gesperrt werden. Sehr interessant ist auch Windows-Spy-Blocker. Also werden dann die ganzen, ja, Windows-Geschichten geblockt. Alles, was, ja, diese Spy-Domains für Windows 10 und 11 ist. So, und wirklich noch länderspezifische Listen. Da gibt es hier schon einige, die sehr, sehr gut schon vorbereitet sind. Und wenn das alles noch nicht reicht, wie gesagt, hier auf github.com. Hier findest du alles im Prinzip, was sich im Internet quasi sperren lässt. Du kannst übrigens auch einzelne Seiten sperren. Wenn du zum Beispiel benutzerdefinierte Filter regeln, kannst du zum Beispiel eine, ja, komplette Domain sperren lassen. Und hier unten steht auch, wie du das am besten, ja, machst, damit die Domain und deren Subdomains zum Beispiel gesperrt werden. Und wir machen das Ganze mal an einem Beispiel. Auch hierzu rufe ich wieder ein privates Fenster auf. Und ich werde jetzt einfach mal zum Beispiel nehmen, ja, nehmen wir mal Roblox.com. Roblox ist ja ein, ja, Spiel, was sehr bei sehr, sehr jungen Leuten oder gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist. Allerdings hat Roblox mittlerweile eine extrem toxische Community, weshalb viele Eltern dieses Spiel nicht so sehr leihen können, dass die Kinder das spielen. Ja, und wenn ich diese Domain im Prinzip sperren möchte, kann ich das Ganze auch direkt hier bei benutzerdefinierte Filter regeln. Und zwar gebe ich dann hier einfach die Domain so ein, roblox.com. Ohne das www, wirklich nur roblox.com. Und dann mache ich hier davor zwei solche Pipe-Symbole, also diese, ja, vertikalen Striche und dahinter nochmal so einen Haken nach oben. Damit wird im Prinzip alles geblockt, was roblox.com ist. So, und dann gehe ich einfach auf Anwenden. Dann wurde diese Filterregel erfolgreich gespeichert. Und jetzt heißt es einfach, ja, einfach mal abwarten. Das wird jetzt wieder ein paar, äh, ein bisschen dauern. Ich werde jetzt einfach, äh, das Ganze kurz machen, indem ich einfach Schutz deaktiviere und wieder aktiviere. Und in der Regel geht das jetzt ruckzuck. Zuerst werde ich, äh, hier diesen, äh, diese Browser-Instanz schließen und ein neues privates Fenster aufmachen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier roblox.com, ob wir da drauf zugreifen können. Ja, das funktioniert leider noch. So, auch hier wieder ein paar Minuten gewartet, ein, zwei Minuten. Und jetzt habe ich keinen Zugriff mehr auf die Seite roblox.com. Das hier quasi als Beispiel. Und da kann man im Prinzip jede Seite nehmen, die man dann haben möchte. Und das ist ziemlich gut für zu Hause, wenn man den AdGuard dann an seinem Router angehängt hat und man auch Kinder hat, die bestimmte Seiten eben nicht aufrufen sollen, kann man diese direkt hier bei Benutzer definierte Filterregeln direkt sperren. Und damit bist du im Prinzip absolut gewappnet gegen betrügerische Seiten und auch gegen Phishing-Seiten, jugendgefährdende Seiten und hast dann quasi alles unter Kontrolle. Hier bei Top Clients siehst du dann, welches der Geräte dann quasi immer drauf zugreift. In dem Falle wird es immer der Router sein, der drauf zugreift, weil mein Rechner hier zum Beispiel greift nicht auf die DNS-Anfragen drauf zu direkt, sondern fragt im Prinzip den Router und der Router fragt den Raspberry Pi. Du findest nicht nur alle Links zu den Blocklisten und zu AdGuard, sondern auch die komplette Docker Compose-Datei unten in der Videobeschreibung, sodass du quasi einfach kopieren und einfügen kannst und direkt loslegen kannst, werde ich jetzt alles in die Videobeschreibung reinpacken. Und von meiner Seite war es das. Ich bin ja quasi jetzt hier der Letzte noch in der Runde zum Linux-Tag 2023. Falls du allerdings die anderen Videos von meinen Linux-Kollegen noch nicht gesehen hast, dann geh mal einfach in die Videobeschreibung. Dort findest du auch noch mal einen Link von allen anderen YouTube-Kollegen, die mit an diesem Linux-Tag teilgenommen haben. Ansonsten einfach auch auf die Webseite linuxguides.de und dann schrägstrich linux-tag 2023. Und dann bist du hier auf dieser Seite und findest dann im Prinzip ja alle Videos. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die Videos natürlich noch nicht da. Deswegen hat Jean von Linux-Guides erstmal hier nur Platzhalter-Videos reingemacht. Aber da sind dann die Videos von den YouTube-Creatoren dann drin. Einmal Michel Franken ist mit dabei, Linux-Guides natürlich selber, Pinguin TV ist mit dabei. Okay, und Hauke von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss ist mit dabei. Und natürlich meine Wenigkeit. Gut, das soll's gewesen sein. Wenn dir dieser Linux-Tag gefallen hat, dann lass es doch einfach uns allen wissen. Am besten irgendwo in den sozialen Medien, Twitter, Mastodon, auch hier bei YouTube und das Ganze unter dem Hashtag linux-tag 2023. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.